Verbands-Oberliga heißt das wohl, die frühere Bayernliga, Ausschlag, Harald Baumgärten an der Seite von Bojan Besinger, Rückschlag, Schaub an der Seite von Ilomer, also geht das Baden-Oves-Number gegen den TÜV 48 Erwein, Eingangsdoppel, 27. März 2022 2, 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.